Polizeiberichte Berlin 18. Juli 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht Radfahrerin bei Verkehrsunfall verstorben Nummer 1228 Gestern Vormittag kam es in Köpenick zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin tödlich verletzt wurde. Gegen 10.40 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Lastwagen die Salvador Allende Straße von der Wendenschlossstraße kommend. An der Kreuzung zur Pablo Neruda Straße bog er nach rechts ab. Dabei übersah der Mann die 74-jährige Radfahrerin, welche die Salvador Allende Straße geradeaus auf dem dortigen Radweg in Richtung des Müggelheimer Dams befuhr. Dabei erfasste er die Radfahrerin seitlich, wodurch sie unter das Fahrzeug geriet und überrollt wurde. Aufgrund der erlittenen Verletzungen verstarb die 74-jährige Radfahrerin noch am Unfallort. Der 51-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge wurden zur Unfallrekonstruktion sichergestellt. Das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3, Ost, hat die Ermittlungen übernommen. Bericht Farbschmierereien an einem Parteibüro Nummer 1229 Gestern Nachmittag wurde in Neukölln eine Sachbeschädigung an einem Parteibüro festgestellt. Ein Mitarbeiter des Parteibüros zeigte gegen 15.45 Uhr die Farbschmierereien an der Fassade und an dem Büroschild des Büros in der Friedelstraße an. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte dokumentierten die Sachbeschädigung und leiteten ein Strafermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen. Bericht Verkehrsunfälle mit Krafträdern Zwei Personen verletzt Gestern Mittag kam es zu zwei Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Krafträdern in Reinickendorf. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1, Nord, hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. Nummer 1230 Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Transporter gegen 12 Uhr die Armende Straße in Richtung Residenzstraße. Beim Überqueren der Regenhardtstraße soll der Mann einen 67-jährigen Kradfahrer übersehen haben, welcher Vorfahrt berechtigt in Richtung Winterstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer erlitt Verletzungen an den Extremitäten sowie am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nummer 1231 Gegen 12.25 Uhr soll es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Krad gekommen sein. Nach ersten Informationen habe ein 61-jähriger Autofahrer versucht, aus einer Einfahrt in den Fließverkehr auf der Teichstraße einzufahren. Dabei übersah er einen ebenfalls 61-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads und erfasste diesen. Letzterer erlitt eine Platzwunde am Kopf und Verletzungen am Bein sowie Hautabschürfungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Teichstraße war zwischen Brusebergstraße und Lübnerweg in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13.20 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Bericht Verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit drei Beteiligten Nummer 1232 Gestern Abend lieferten sich drei junge Männer in Starken ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Gegen 21.30 Uhr beobachteten zwei außer Dienst befindliche Polizeibeamte zunächst einen 19-Jährigen in einem BMW einer Carsharing-Firma, der sich mit einem 17-jährigen Opelfahrer auf einem Parkplatz am Grünhofer weg traf. Anschließend lieferten sich die beiden Fahrzeugführer ein illegales Straßenrennen, indem sie den Brunsbütteler Damm in Richtung Nenhauser Damm nebeneinander mit überhöhter Geschwindigkeit befuhren. An der Kreuzung Brunsbütteler Damm-Ecke Nenhauser Damm stieß ein 18-jähriger Kia-Fahrer hinzu und beteiligte sich an dem Fahrzeugrennen. Die Fahrzeugführer stoppten erst, nachdem ein mobiles Radarfahrzeug auf dem Brunsbütteler Damm ausgelöst hatte. Die insgesamt acht Insassen der drei Fahrzeuge stiegen daraufhin aus, berieten sich kurz und gingen dann geschlossen zielstrebig auf das Radarfahrzeug und die sich darin befindliche Polizeiangestellte zu. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte konnten die Gruppe vor dem Erreichen des Radarfahrzeuges anhalten und überprüfen. Der 17-Jährige gab an, derzeit Fahrstunden zu nehmen. Somit war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Opel seiner Mutter hatte er ohne ihr Einverständnis genutzt. Da der Jugendliche keine gültigen Ausweisdokumente mit sich führte, kam er zu einem Polizeigewahrsam und wurde dort nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Die Führerscheine der 18- und 19-jährigen Autofahrer sowie der Opel und der Kia wurden beschlagnahmt. Das Carsharing-Fahrzeug verblieb am Ort. Ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 2, West, übernimmt die weiteren Ermittlungen. Bericht, Körperverletzung und Beleitung mit homophobem und fremdenfeindlichem Hintergrund. Nummer 1233 Gestern Abend kam es in Neukölln zu Streitigkeiten mit wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung. Aktuellen Erkenntnissen nach gerieten gegen 19.25 Uhr zunächst eine 20- und 22-jährige Frau mit einer 30-jährigen Frau in einem Einkaufscenter in der Hermannstraße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die 30-jährige Frau der 20-Jährigen ins Gesicht gespuckt, sie gegen die Beine getreten und anschließend homophob beleidigt haben. Im Gegenzug dazu soll die 22-Jährige die 30-jährige Frau fremdenfeindlich beleidigt haben. Ein hinzugekommener 29-jähriger Mann soll daraufhin der 20-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend entfernten sich der 29-jährige Mann und die 30-jährige Frau in unbekannte Richtung. Die 20-jährige Frau benötigte nach dem Schlag ins Gesicht keine ärztliche Behandlung. Gegen 22.30 Uhr erschienen die zunächst unbekannt Geflüchteten beteiligten in Begleitung zweier Zeugen bei einem Polizeiabschnitt und äußerten sich zum Geschehen. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernimmt die weiteren Ermittlungen. Bericht, Busfahrer mit Messer bedroht Nummer 1234 In der vergangenen Nacht bedrohte ein Mann einen BVG-Busfahrer in Neukölln mit einem Messer. Gegen 2.50 Uhr stieg der 31-Jährige am Hermannplatz in einen Linienbus, griff dem Busfahrer an den Hals und forderte ihn unter Vorhalten eines Messers auf, zu einem Krankenhaus zu fahren. Anschließend setzte sich der 31-Jährige auf einen Platz hinter dem Busfahrer. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch andere Fahrgäste im Bus. Während der Busfahrer die Fahrt auf der normalen Route fortsetzte, trat der 31-Jährige erneut an ihn heran, wiederholte seine Forderung und drohte ihn zu töten. Der 61-Jährige alarmierte unbemerkt über seine Leitzentrale die Polizei. An der Kreuzung Brückenecke Rungestraße stoppte der Busfahrer, stieg aus und wies die eingetroffenen Polizeikräfte ein. Unter Androhung des Schusswaffengebrauchs überwältigten sie den Tatverdächtigen noch im Bus sitzend und nahmen ihn fest. Das als Tatmittel genutzte Messer wurde. Beschlagnahmt Im Anschluss kam der 31-Jährige in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Linie in 8 niemand. Bericht Allgemeinverfügung erlassen Einschränkungen in Teilen Berlins Nummer 1236 Anlässlich des feierlichen Gelöbnisses bei der Bundeswehr am 20. Juli 2023 im Wendlerblock wird es zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen kommen. Besonders betroffen sind die folgenden Bereiche. Hildebrandstraße zwischen Tiergartenstraße und Reichpietschufer Stauffenbergstraße zwischen Reichpietschufer und Tiergartenstraße Reichpietschufer zwischen Hiroshimastraße und Stauffenbergstraße, einschließlich der Uferböschung Lützeufer von Hausnummer 11 bis Gentinerstraße, einschließlich der Uferböschung Schönebergerufer zwischen Gentinerstraße und Kluckstraße-Bendlerbrücke Um als anwohnende oder berechtigte Person die abgesperrten Bereiche reibungslos betreten zu können, führen Sie bitte Ihr Personaldokument bzw. Ihren Dienst- oder Betriebsausweis als Legitimation bei sich. So Sie die Möglichkeit haben, empfehlen wir, die betroffenen Straßenzüge weiträumig zu umfahren. Eine Übersicht zur räumlichen Ausdehnung entnehmen Sie bitte der Allgemeinverfügung. Die Allgemeinverfügung, deren Begründung und die Lagepläne können beim Polizeiabschnitt 28 in Alt-Moabit 145 in Moabit eingesehen werden. Bericht, Durchsuchung bei Polizeibeamten Gemeinsame Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin Nummer 1235 Gestern Abend wurde ein Durchsuchungsbeschluss gegen einen Beamten der Polizei Berlin wegen des Tatvorwurfs der Unterschlagung vollstreckt. Dem Beamten wird vorgeworfen, am 6. Juli 2023 bei einem Einsatz im Görlitzer Park elektronische Geräte aus einem Rucksack entnommen und unterschlagen zu haben. Den Rucksack hatte ein Mann zurückgelassen, der beim Erblicken der Einsatzkräfte unerkannt geflüchtet war. Nach dem Hinweis einer anderen Dienstkraft nahmen das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen gegen den Polizeibeamten auf, in deren Rahmen gestern ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss in Dienst- und Privaträumen vollstreckt wurde. Die in Rede stehenden Gegenstände konnten sichergestellt werden. Die Ermittlungen, wie auch die Prüfung disziplinarrechtlicher Schritte, dauern an. Bericht Allgemeinverfügung erlassen Einschränkungen in Teilen Berlins Nummer 1236 Anlässlich des feierlichen Gelöbnisses bei der Bundeswehr am 20. Juli 2023 im Wendlerblock wird es zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen kommen. Besonders betroffen sind die folgenden Bereiche. Hildebrandstraße zwischen Tiergartenstraße und Reichpietschufer Stauffenbergstraße zwischen Reichpietschufer und Tiergartenstraße Reichpietschufer zwischen Hiroshimastraße und Stauffenbergstraße, einschließlich der Uferböschung Lützeufer von Hausnummer 11 bis Gentinerstraße, einschließlich der Uferböschung Schönebergerufer zwischen Gentinerstraße und Kluckstraße-Bendlerbrücke Um als anwohnende oder berechtigte Person die abgesperrten Bereiche reibungslos betreten zu können, führen Sie bitte Ihr Personaldokument bzw. Ihren Dienst- oder Betriebsausweis als Legitimation bei sich. So Sie die Möglichkeit haben, empfehlen wir, die betroffenen Straßenzüge weiträumig zu umfahren. Eine Übersicht zur räumlichen Ausdehnung entnehmen Sie bitte der Allgemeinverfügung. Die Allgemeinverfügung, deren Begründung und die Lagepläne können beim Polizeiabschnitt 28 in Altmoabit 145 in Moabit eingesehen werden. Bericht, Fußgänger angefahren und geflüchtet Nummer 1237 In der vergangenen Nacht fuhr eine Person in einem Smart einen Fußgänger in Neukölln an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigem Kenntnisstand sowie Zeugenangaben soll sich ein 44-Jähriger gegen 23.30 Uhr auf die Fahrbahn der Sonnenallee begeben und dort aufgehalten haben. Ein Smart, der in der Sonnenallee in Richtung Cottbusser Damm unterwegs war, näherte sich dem Mann, betätigte die Lichthupe und wechselte mehrfach die Fahrstreifen. Der 44-Jährige folgte dem mehrfachen Wechsel auf der Fahrbahn und soll, als das Fahrzeug fast auf gleicher Höhe war, in Richtung des Wagens gesprungen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß, wobei der Fußgänger durch die Luft geschleudert wurde und auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Smart setzte seine Fahrt über den Cottbusser Damm in Richtung Cottbusser Tor ohne anzuhalten fort und entkam. Der 44-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf sowie möglicherweise auch innere Verletzungen. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens brachte ihn zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Da der Verdacht besteht, dass der Verletzte unter dem Einfluss Berausch in der Mittelstand, erfolgte dort zudem eine Blutentnahme. Die weiteren Ermittlungen sowie die Suche nach der Person, die den Smart gefahren hatte, dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5, City, übernommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017